Hier sehen wir eine Pirouette Grip mit gewickeltem Griff. Diese Keule wurde in unserem Keulenkonfigurator bestellt. Der Kunde wollte einen pinkfarbenen Körper, ein blaues Griffband. Bei Top, Knob und Griffband hat er sich für schwarz entschieden. Das hätte auch jeweils eine andere Farbe sein können. Die Möglichkeiten in unserem Keulenkonfigurator sind nahezu unbegrenzt.